so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge 176 und bevor man das mit der bruderschaft weitermachen ach das hat mich die tage jetzt immer geworfen wo ich nicht aufgenommen habe ich möchte gerne mal doch mal hier oben reingucken also hier in die dahin springen ja wir trotzdem mal in die world reingucken auch wenn wir da jetzt noch nicht rein dürfen also nicht reingehen sollten aber ich möchte mir mal keine angucken der notruf von ich muss da wurde brandbestia ich will mir die trotzdem mal angucken ach mensch die quest die brauchen wir doch nicht unbedingt zu machen müssen wir so viel strahlung das zeichen von strahlung hat doch aber eigentlich alles drin ziel mann da unten 23 ist schon ja 23 ist schon au ey da mich doch noch nachgeladen es war schon 23 ist auf ihren sieben schritten dann haben sie ein schönes wissen hier so viel strahlung und ich noch nicht zwei experten aber leute lass mich nämlich muss es sein wie ich will aber wir haben so viel schrott ich kann gehen schrottbein auch das sind überladen also unsere kiste ist voll unsere kiste ist voll immer mehr schrott mit ach ich mach dir jetzt einfach auf ob man damit auch alles haben wir jetzt einfach aufhören wenn ich da reingehe nicht dass wir jetzt in die mission machen müssen jetzt jetzt meine ich muss mal angucken und das sind so viele erreicht unsere unseren moniker nicht bett oder mit leht aber lang extrem lang hat sie das spielaufgaben ich wollte mir mal die bote angucken wie sieht es denn hier aus strahlung ich wollte mir unbedingt mal die wort angucken wenn die mission ist nicht auf das wirklich sinnvoll ist hier da zu sein einsteiger einsteiger oder wissen sie alleine es gibt einen unkontrollierten nuklearen zwischenfall leite herz mit protokoll ein herz mit team zur betriebszentrale vorrücken strahlungsquelle lokalisieren und neutralisieren ok also habt ihr das oben links gelesen man kann das mehrmals machen aber belohnung bekommt nur nur einmal pro tag hinter hinkommen ob man da hin ach da noch gottchen ganz schön zugewuchert ich wollte eigentlich dass sie unten sammeln die plütonium isotope im lüftungssystem entdeckt aktiviere notfall luftfilterung die plütonium die plütonium die plütonium die plütonium ich wollte eigentlich das gar nicht machen und das doch später was geht denn hier aber eigentlich machen was sind ja da hinten stinke blume eine stinke blume höre was im hintergrund da paske jo schrick blume ist kaputt Oder was? Da geht eine Tür auf. Ich glaube, wir müssen ein Jahr lang. Dahinter müssen wir eigentlich ein Bier. Ein Schrauch. Ein Schrauch. luten sollten wir erst mal sollte man nicht erst mal gucken wir gucken erst mal dahin nun kann man ja auch später glaube ich und ich höre viele auch dass die fieber geht und jetzt schon auf den sack aber das tut weh ich mache den charakter Boah, Alter. Boah. alter wollen die morgen geht meine strahlung nicht weg das ist eine andere doch schön ich glaube das ist nicht für uns noch nicht ich muss ich wüsste wo die sind noch kurz als die rüstung raus ich mir geht meine strahlung nicht jetzt sind wir dort da ist so noch die waffe da haben die jetzt her jetzt muss ich mal gucken habe ich wir müssen raus hier müssen wir später machen weil da muss ich den chemieanzug anziehen sonst wird das nicht ich muss mich besser vorbereiten guckt euch mal an die sind total verstrahlt nee nee das wird nichts so das wird nichts so wir müssen uns besser vorbereiten auch jetzt kommen wir nicht mehr raus oder was echt jetzt jetzt können wir sehen doch muss ich ja weg springen kann das wäre jetzt aber komisch du bist sicher dass du ja bin mir sicher nee 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 da müssen wir mehr munition herstellen definitiv und ich muss gucken ob ich den club ich habe noch so ein strahlend anzug weil es ist ja heftig weil wir sind ja so verstrahlt guckt euch das mal an wir sind ja tierisch verstrahlt das geht noch nicht haben wir noch ganze dabei hatte ich nicht ins ich war ja muss ich mal trenne gucken das wort nicht das tierisch verstrahlt höf das ist denn hier 3 nehmen 4 ich glaube wir verdünnen die nicht mehr das bringt zwar extra punkt da wo es ist ja ich glaube wir verdienen die nicht mehr weil das ist ja quatsch ja ihr lieben damit würde ich sagen beendet das video und wie gesagt ich wäre jetzt mal noch ein bisschen waffenpflege machen oder wir machen doch erst mal das mit der bruderschaft aber vielleicht noch ein level abkriegen oder so punkte mit ordentlich verteilen können weil so wird es so war das echt ist und ich muss ja gucken ob ich so einen anzug habe gute lieben somit bedanke ich mich für zu sehen für eure kommentare für eure likes mega daumen euch und tschüss